So, und es geht auch direkt weiter natürlich, im Ending, bei den Credits, der Ending-Sequenz, whatever. Abkürzung! Gaoken, Abkürzung! Aha. Tss, okay. Nette Abkürzung, okay. Okay. Abkürzung! Gaoken, Abkürzung! Oh mein Gott, Gaos. Gaos ist schon so eine Type. Ja, jetzt werden dann nochmal alle Charaktere eingeblendet. Oh, diese Musik. Ich liebe diese Musik, echt, diese Melodie. Einfach nur herrlich. Lock Cole. Ja, und Silas. Na, 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 na. Ich liebe es. Genießt diese Melodie einfach nur, Leute. Genießt sie. Komm schon, hier stürzt gleich alles ein. Oh nein, sie hat was verloren. Na, komm schon. Oh no, es. Glocke. Ich lass dich nicht los. Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Wow, joppa. Bist du verrückt? Du wärst beinahe draufgegangen. Für so ein Plunder? Das nennt man Gefühl. Genau, schlepp sie mit. Zerr sie hinter dir her. Ja, ähm... Leute. Das ist das Ende von Final Fantasy VI. Äh... Lasst mich wissen. Was haltet ihr davon? Was habt ihr davon? Wie fandet ihr mein Let's Play? Wie fandet ihr es? Es ist ja eigen... Es war ja nicht mein erstes Let's Play. Ich hab's ja erst später angefangen. Äh, hab's aber jetzt als erstes erledigt. Ähm... Weil es von allen Let's Plays, die ich gestartet habe, das, ja, kürzeste war. Vater? Terra. Für uns Esper ist die Zeit des Abschieds gekommen. Vielleicht auch für dich. Sollte jedoch der Mensch in dir stark genug für etwas empfinden, dann vielleicht... Vielleicht... Aber nur vielleicht wirst du als Mensch auf dieser Welt bleiben können. Ja, das wär doch nett. Das wär doch nett. Na 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 na... Na 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 na... Äh... Ja, meine Meinung zu dem Spiel, ähm... Ich finde Final Fantasy 6 sowieso ein klasse Spiel. Eines meiner Lieblingsteile der Final Fantasy Saga. Äh, nach Final Fantasy 7 und 9 und 8. Opa, du darfst noch nicht aufgeben. Ich bin zu alt für sowas. Wenn du weiter ständig so rumjammelst, dann male ich dich. Um Himmels Willen, alles nur das nicht. Oh man. Aber weißt du, irgendwann würde ich dich wirklich gerne mal malen. Mit Buntstiften und Papier. Oh Relm, sieh was du angerichtet hast. Ganz verschwommen ist mein Blick geworden. Nicht einmal den Weg sehe ich mehr. Oh man, die beiden. Äh, ja, also wie gesagt, ich fand das Spiel eigentlich sehr cool. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch. Euch da draußen. Ich hoffe euch hat mein Let's Play auch Spaß gemacht. Ich hab mich natürlich über jeden Kommentar, über jede Bewertung und über jeden Verbesserungsvorschlag und alles. Ich hab mich wirklich über alles gefreut. Lauf Interceptor. Lauf. Ja, ich glaube Shadow stirbt jetzt. Pass auf dich auf mein Junge. Er bleibt nämlich hierhin zurück. Äh. Barra. Es scheint, als bräuchte ich mich nicht, als bräuchte ich nicht mehr zu fliehen. Bereite mir einen herzlichen Empfang. Ja, Erscher hat mit seinem Leben abgeschlossen. Äh, das ist die Sidequist, was ich meinte. Wenn man, äh, alle Träume von Shadow geträumt hat und mehr über seine Vergangenheit weiß, dann stirbt er nicht jetzt. Ich hab's nicht gemacht, äh, ist eigentlich auch Bums. Äh, wenn ihr's machen wollt, wie gesagt, übernachtet in einigen Hotels und, äh, komm schon Strago, du kannst dich noch nicht von diesen drei Käse hoch vorführen lassen. Boah, jetzt gibt er aber Gasse. Äh, wenn ihr's machen wollt, dann macht das gerne. Habt durch. Und dann könnt ihr mir ja Feedback geben. Äh, ja. Ich hab's jetzt nicht gemacht. Ich hab wirklich nicht alles gemacht. Ich hab so gut wie alles gemacht. Also alle relevanten Quests und... ...wo man auch alles bekommen hat und, äh, wo man gute Items bekommen hat und alles. Das hab ich alles gemacht und yeah. Yeah, 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 yeah. So, natürlich geht es noch weiter. Folgt mir! Fliege davon. Der letzte Imagine-It. Oha. Oha, nein, er ist verpufft. Terra, du hast genug getan. Du wirst schwächer. Na, 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 na. Ach, das schafft sie noch, oder? Oh, schnell raus hier. Weee. Eine waghalsige Flucht. Nee, 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 nee. Terra, schwinden die Kräfte. Oh, ja. Oh, oh. Werden wir Terra noch retten können? Das waren wohl die Kinder aus, äh, Moblitz. Ja, um die sich Terra gekümmert hat. Die scheinen wohl zu merken, dass etwas nicht in Ordnung ist. Sei tapfer, Katrin. Oh, was hat sie denn? Auch ich werde tapfer sein? Wahrscheinlich. Warum liegen die denn alle hier so rum? So durchgenörgelt. Auch ich werde noch nicht aufgeben. Ah, okay. Ja, aufgeben sollte man nie. Auch im Real Life noch nicht aufgeben. Was meinen sie damit? Terra? Wo ist Terra? Nö, du bist nicht Terra. Nö, du auch nicht. Du bist zu jung. Du bist zu alt und nö. Terra! Ah, da vorne liegt sie ja. Yay! Nö, 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 nö. Danke, Setzer. Ja, wir haben sie aufgefangen. Ich hab's auch gesagt. Der Falke ist das schnellste Luftschiff der Welt. Yeah. Dö, 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 dö. Yeah. Hier sind die Credits. Finally. Jo, Leute. Was soll ich sagen? Das Game ist beendet. Das war Final Fantasy VI. Äh, wirklich, wie ich finde, eines der besten Final Fantasy Teile. Allein schon von der Story her. Äh, allein schon auch von Kefka her. Seine dreckige Lache. Äh, und Kefka ist auch wirklich der einzigste Bösewicht aus Final Fantasy, äh, aus allen Final Fantasy Teilen, der eigentlich so sein Ziel erreicht hat. Also, er wollte ein Gott sein. Er war es auch für kurze Zeit. Bis wir ihn natürlich dann den Hintern versohlt haben. Ja. Aber, so ist das Schicksal nun mal. Aber wirklich, ähm, ich fand das Spiel wirklich sehr geil. Wie gesagt, mir hat das Let's Play Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Das, äh, hoffe ich, äh, wirklich. Und, ich bin irgendwie erleichtert, dass ich mein erstes Let's Play beendet habe. Natürlich auch ein bisschen stolz. Natürlich auch ein bisschen stolz. Wie gesagt, jetzt kommen halt noch die, äh, die Credits. Ich werde es jetzt einfach durchlaufen lassen, weil... Ich hab da keine Lust, jetzt irgendwie vorzuspulen oder was. Auch wenn meine Videozeit eigentlich schon fast zu Ende ist wieder. Aber hier vor allem diese Sequenz, also... Gefällt mir hier mit dem Luftschiff so, wow. Hat schon irgendwie ein Flair, so von 3D-mäßig. Also, ist schon gut gemacht. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ja, finde ich geil. Wie gesagt, ich werde mich jetzt noch zusätzlich um den, äh, um den Bonus-Dungeon kümmern. Den möchte ich ja auch noch machen. Ja, ganz richtig. Und das werde ich... Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde. Also, ob ich es jetzt in einer Art Walkthrough machen werde oder doch als ganz normales mitkommentieren oder was. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich da alle Kämpfe, sage ich mal, fast rausschneiden werde. Beziehungsweise gar nicht aufnehmen werde. Also, ich werde es mir noch überlegen. Äh, ja. Ich werde jetzt an dieser Stelle doch noch mal eine Pause machen und ich hoffe, ihr schaut auch noch das letzte Video. Bis gleich. Bis dann.